wie lange ist noch battle 48 tage herrlich 48 tage hier jetzt noch ein tag schule herr wann fährst du gleich am samstag gleich aber du kannst es schon zocken schaust du gut zu machen habe ich sogar zuschauer man kennt bei den kommentar ein ehrenmann warte mit ansag jetzt war so kris oder so doch nicht grüß dich falsch eines meiner klasse ja ein team kommt mit der ist schon mal gelandet wie geht das wollen wir verarschen keine ahnung der ist einfach schon gelandet war ein guter waffen hä der zweite bist schon du oder was zuschauer ja ich schau heute auch ganz hatte ich ja mini ist für dich hier ist doch gerade ein gegner ich hab nur eine pistol ich hab mini für dich vier kommentare ja bin ich hast du irgendeine waffe hast du irgendeine waffe für mich es kommen welche ja er sagt nur hier ist eine küsse irgendwo hier ist eine küsse irgendwo ich hasse diese waffe digger ich spiel lieber mit anderen digger ich hab die größten dreckswaffen im ganzen game ja bei euch schnell einfach kom ich habe auch schnell einfach kom ja ich 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 Es kommen welche, es kommen welche. Komm her. Hier irgendwo. Oh, auf dem Dach. Lol, es konnte nicht treffen, nicht. Wo ist der? Ja, jungen Digga. Der ist so low, er ist so low, er ist so low, er ist so low. Ich will den nicht holen, Digga. Brav. Der. Ey, gib mal Air Muni, bitte. Warte, ich erminig's dir dich. Oh, bruh. Springt der einfach. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Ich weiß, ob das die einzigsten Waffen sind, die die hatten. Oh, ach so. Ja, okay, er hat sein markiert. Warte, Bro, da hinten ist auch eins hier. Mal ran. Huh? Äh, okay. Ähm, seit Season. Hä, Bro, welche Season spiele ich schon? ich glaube entweder entweder season 2 oder anfangs ich glaube ich glaube anfang season 3 ich weiß nicht genau ja ich glaube anfang season 3 so ein gutes gutes season 3 brauche ich brauche irgendeine pump digga brauche ich wollte gerade mal irritieren obwohl es immer mein war ist das ein diegel? ja geh was? danke mir die so ein keck warte äh streamst du auch mal was anderes oder? nein hä? fifa oder was soll ich stream? nein ich stream ja aber ich mache es einfach nur dass ich halt so meine videos habe zum anschauen warte lass mal ich ne salty oder? ja ich kann es nicht mehr tun ich kann es nicht mehr tun ich kann es nicht mehr tun Ja, Bro, ich hab keine gescheiten Laufen. 60 Hit, 60 Hit, der vordere. Waaah! Wie? Digga, ich fick mein Leben. Hä? Digga, was ist das? Was hat der Digga für ein Laser? Komm, der ist das für ein Laser. Geh üb. Digga, was ist das? Hä? Digga, was ist das? Digga, das ist doch nicht normal. Gib das A schon mit der Wiesel grob 9. Schau dir die scheiße an. Es gibt immer auch die scheiss Polatsch. Ha...Hast du die beide geholt? Es hört mir beide gut aus Krass, ich hab die einen eingebaut und der richtig Fetcher Dann ist das andere gekauft, wahrscheinlich gehört mir und der richtig noch Fetcher Hey Ding, wir schreiben morgen nicht BW oder? Weil die die ganze Zeit rum eiert mit ihrer BWR Hausaufgabe Weil die die ganze Zeit rum eiert mit ihrer BWR Hausaufgabe Warte, lass mal Ravens gehen Warte, ich nehm den da Ja ok, stimmt schon Warte, ich finde den Ravenscan in Eisding so hässlich eigentlich Sehr ehrlich Hä, wann kannst du dann wieder zocken? Samstag am Abend oder Sonntag Ja Bro, sag dein Ding, weil du darfst doch eigentlich gar nicht Wie nimmst du es dann heimlich mit, oder was? Ja Bro, ich bin in der Was, was, was? Achse Ich bin in der 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 ich will bauen er schießt mich innerhalb von einer sekunde wenn nicht mal gelaufen eine zehntel sekunde digga bin ich tot weil ich glaube beide haben auf mich geschossen dann was soll ich da machen mhm Ich habe Minis zu dicht, zwei. Oh, Digga. Achso. Oh, Digga, ich komm. Ruhig, Brunner, ruhig. Ich sag ruhig. Ja, ich habe ihn 23 gespielt. Hör mal, um wie lange, du, 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 du bist ja vollgestorben. Dieses andere. Hallo? Achso. Als ob der nächste Pump ist, Digga. Oh. 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 Hier ist ein Rift. Hier ist ein Rift. Hier ist ein Rift. Hier ist ein Rift. 16.45. Hier ist ein Rift. Hier ist ein Rift. Hier ist ein Biggie. Was soll ich mit dir machen? Soll ich zwei Minis oder ein Biggie? Hier ist ein Rift. 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 Ich sag auf, ich sag doch durch Spass. Der kommt her. Oh mein Gott. Hier. Warte. Hast du Minis? Warte, wo? Warte. 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 Warte gleich gleich gleich. Ich hab genug. Ich hab genug. Warte. Warte. Ich sag gleich. Alles entspannt. Ne, ich hab immer noch keine. Warte. Ich hab Jumped auch. Ich hab Jumped. Warte. 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 Oh mein Gott. Ich wurde gesniped. Ich wurde gesniped. Fliege einfach. dies leid auf uns wohin nach rechts oder verkehr gegner ich ergegner über uns gehen also genau an der seite andere seite wo gehst du hin wer ist hinter uns die kommen die kommen die kommen da bist du auch behindert da kommt hier wo gehst du hin komm her wir gehen hier vor über mir über mir kommt sie mir ja brav da oben ist da sind welche hörst du sie warte das anschließend oh mein gott oh mein gott warte hinter uns ist jemand hinter uns landen welche da da unten irgendwo sind welche gelandet da schau da in der luft hast du dir einen geholt ok ja wir dürfen nicht gesnaped werden wollen wir die oben push wollen wir die oben pushen nicht oder ich habe auch noch jumpet gell das sind gefährlich pass auf lasst schudel, lasst er irgendwie abhauen aber wohin? die pushen, die sind gepusht, gell komm abhauen, komm abhauen lass hochgehen, ne, oder doch oh mein gott, digga ich bin so tot, gell, ich bin so tot, digga ich bin so tot, ich bin so tot ja bro, ich bin tot, digga ich bin in der Luft, digga ich bin drei Jahre in der Luft wie ich das überlebt, ich glaub's nicht, digga wie hab ich das überlebt ich muss zum lootjob, ich muss zum lootjob oder hast du heal? boah, sie kommt zu mir, digga ja, sie sind bei mir ich bin tot, ich bin tot ich bin so tot sie sind genau über mir oh mein gott, er hat mich gesehen komm her, komm her ja, ich hab doch geplaced, digga ja, Junge, wir sind beide tot, digga das ist aber ich bin tot, du hab sagst du hab auf hab Das war's für heute. ich habe den 142 ich habe morgen so chilligen unter dich eine stunde deutsch da machen wir nichts dann musik machen wir auch nichts mathe juckt mich nicht was haben wir noch ja wie er halt noch aber sonst sehr lecker ja und physik was sind wir da oder wirst du perl da ist oder was ist mit knacken das junge ich schaue ich schaue nie auf den chat und nie hey ding was wollte ich jetzt sagen digga digga halt's mal ja weil ich ihm weil ich ihm 90 schaden gemacht habe nicht 1 Gegenüber von uns welche Ja, also in dem Haus da. Krasse Muni für Sturmgewehr. Oh, die sind ja da. Oh mein Gott, Digga. Er ist so low, geh. Er ist so one-shot. Sie ist mit unten in der Offense, kid. Oh mein Gott. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Lass uns einen Loot holen. Er lag mich am Arsch, aber wie viel Leben ich hab. Warte, lass doch nicht Loot holen, da geh ein Gegner hin. Glaub ich, oder? Oh mein Gott, da ist ein Rocket Launcher. Hast du Rocket Muni? Ich brauch Heal, Digga. Ich bin so one-shot. Wo? Oh ja. 116er Hit, 116er Hit. Oh Junge, du bist so behindert, Digga. Von wo? Oh, da hinten. Was soll ich jetzt machen? Ich hab keine Mets mehr. Warte, ich komm dich wieder. Ich muss bis erst mal abrunden. Ich bin so one-shot. Ich versuch's gleich zu holen, okay. Aber wie? Gibt's hier keine... Da ist das eine Quad, ne. Ne, ne Auto. Ja moin. Egal, ich glaub, ich geh einfach wie sie können, hol dich, okay. Oder? Ja, die sind da, ja. Flieg einfach weg, bitte. Da. Ich fließe aber nicht. Ich fließe aber nicht. Ich darf mich nicht bewegen. Jetzt halt, jetzt halt, jetzt halt, jetzt halt. Komm, komm, komm. 17 Sekunden ist scheiße, ich schaff das nicht. 13, fuck, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich hab mich mal mit, ja. Das war's dann wieder komplett. Wegen 5 Sekunden. Toll. Egal, ich lass mich nicht mehr killen. Hähä? Da vorne. Nein, ich hole nicht mit dem Locker Launcher, oder? Ich schieße das Locker Launcher auf dir. Oh mein Gott, so und egal. Oh mein Gott, eigentlich ist es Locker, Digga. Ich hatte keine Meds. Er stirbt eh, er stirbt eh, oder? Ja. Leute, ich will nicht wissen, was er macht. Digga, was hat der für Hoffnungen, Digga? Ui, der könnte es gar nicht schaffen. Digga, er schafft es sogar noch, ich glaube es gar nicht. Der kalt ist neu. Schafft er es, meinst du? Achso. Warte, ich komme nicht. 16 HP, 15, 14. Nein, er schafft es nicht. Geil. Geil. Digga, er verbinde... Nein. Er findet einfach noch mal Verbände. Warte, ich will es noch anschauen, es ist gar entspannt. Bruder, wenn der das schafft, Digga, ich fick mein Leben. Digga, ich lobe es einfach nicht. Digga, wer ist das? Hey, kennst du nen... Frederic Metz. Warte, schauen wir mal in Sümen und schauen, Chat. Ja, er hat verkackt, Digga. ... 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 ja kannst du sein wenn du willst du hast gar nicht geliked kein ehrenmann war doch er sogar glät ja der schilder warte ich mache dich jetzt habt ihr dankeschön vielen dank er kennt mich oder wie hast du mich kennengelernt hey bro antwort jetzt mal auf mein whatsapp doch ich habe glätternominiert ich kann mich wieder rein ich habe mich schon mal in der chatte ich habe mich schon mal in der chatte und was wirst du machen schreib noch mal rutschen roten games epic also naja mal schauen aber nicht heute ok also wenn du äh wenn ich wieder stream dann schau mal so ist es nochmal der gleiche oder was oh mein gott chillisch auch gleich leck was ist denn das oder ich bin einfach nicht das bei uns da bin ich letztes mal schon gestorben ich glaube es nicht machst du nur streams oder machst du auch videos im moment der streams aber je nachdem vielleicht auch bald videos ey was ist denn das ja aber im moment der streams oder ich glaube ich will wissen du schon ich komme hier nicht weiter geh digga ich bleib hier hängen digga ich glaube es nicht jetzt sind wir gott nein so genau sehr ehrenhaft dass ihr am start seid freut mich brühe ich werde fame ja ok 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 ey was ist das catch mich doch go 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 Leider bin ich ja NoSkin und erlieb. Ey, er läuft automatisch weiter, Digga. Ich glaub's nicht. Was? Hey, wie bist du durch die Tür durchgekommen? Ja. Oh. Ich glaube, wie bist du da durchgekommen? Ich checkte das gar nicht. Da, wo man so drüberhüpfen muss. Wo sich die Inseln in der Luft sind. Und dann, ähm. Ich stehe nicht, wo kriegst du die Inseln in der Luft aus. Hä? Echt nicht. Du musst doch was dabei lenken. Bruder, entweder ich spring drüber, also ich berühr das dann oben. Oder, äh, unten halt. Ey. Bruder, ich sterb die ganze Zeit wegen dieser Drecks-Tür. Hä, bist du seitlich reingesprungen oder was? Naja. Hä, laber. Wie geht denn das? Ich will schon ein bisschen... Scheiße. Schau mal mein Ziel an und dann sag mal. Hier. Hier. Der hat ja nicht so weit wie nach rechts. Und dann musst du ein bisschen rein. Spring mal. Bruder, ich bin los. Was? Du musst dich nicht so hoch spielen. Du musst dich nicht so hoch spielen. Du musst dich nicht so... Du darfst dich auf diesem blauen Teil spielen. Du musst dich nicht so... ... und mit dem anderen spielen. Ah, jetzt. Hier. Danke. Ja. Sogar... Ähm... Der Frederik Metz hat sogar geschehen einfach frühabschirm. Hier, Mann. Ich bin so lost, Digga. Ich habe nicht mehr den ersten Sprung. Hä? Lol. Best Level bist du? 27, 28, 28, 28. Oha. Digga, was macht der? Ich schau dir jetzt mal zu. Digga, er macht einfach irgendwas. Ja, du musst... Du musst viel später einspielen. Ja, ja. Easy. Easy, Bruder. Easy. Alec, was ist das? Schau jetzt. Hä? Hä? Oh mein Gott. Hä? Digga. Bei mir ist so automatisch manchmal... ... dass er läuft, Digga. ... dass er läuft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt sag ich doch. Digga, wie hast du das nächste geschafft? Gut zieh ich. Ah fuck. Ah fuck. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um zu Lots. Ah fuck. Ah fuck. Ah fuck. Herr, bist du bei dem, wo dieses Teil, du musst rüberspringen, dann landen und dann geht so ein schräges Teil, ist da so in der Mitte. Bist du da direkt gesprungen oder? Nein, ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Ah, hab's. Ha, okay, jetzt. Bridgeway ist auf. Ja, okay. Oder auch nichts. Schau, jetzt hat alles im Einsprung hier. Ja. Oder zwei Sprünge. Ja. Das war's wieder komplett. Ich weiß halt nie, wo die nächsten Teile sind, deswegen. Nein. Nein. Immer andere Seite. Ich weiß nicht, wie du bist jetzt. Ich bin jetzt 27. Hm. Nein! Oh leck, jetzt schon wieder bei der Scheiße. Echt? Ja Bro. Mann ich muss groß los. Ja Junge, ich bin nicht zu weit. Schau wett, ich bin zu weit. Hä? Leute. Ja ok, jetzt konzentriere ich mich jetzt. Ja ok. Was mache ich? Ja ich weiß, aber warum? Hä? Dicka, ich mach doch gar nichts. Ja ok 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 ok. Ja ok ok ok. Ja ok ok ok. Ja. Ja. wird nicht verkackert oder auch nicht ich bin die nächste schwarze heim digger träumten von lamborg Was? Ja, Bro. Lies mal Chat, Chris Johannes. Lies mal Chat. Nein. Ein anderer. Anders war der Klasse. Ey, halt's Maul. Was muss ich jetzt zusammen machen? Boah. Hä? Bro. Was? Hi Bro. Nein. Oh. Boah. Was soll mir da auffallen? Hä? Ja, mit den... Hä? Junge, jetzt bin ich wieder da. Du hässlicher. Warte, welche Richtung war die? Ja, wegen dir. Zigeuner bin ich jetzt wieder da hinten. Nein. Ey, ich schaff das nicht mehr, gell. Das war... Bei Gott. Bei Gott. Ja, okay. Er ist. Ja. 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 Nie. darf ich eigentlich nicht hatte dass ich das nicht so ja 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 ich hab was was illegal wie sie die schosselige aus meinte er heilt doch deine schnauze man wie hast du das geschafft ja irgendwie ja geschafft nein ja die ja die budi wasser er bist du auch bei mir hallo ach so du darfst nicht ins handy ne morgen schule welche klasse bist du ja wie hast du den sprung geschafft oh mein gott auch geschafft erde sex junge halt doch deine schnauze jetzt bin ich wieder da hinten was das macht mich so aggressiv die scheiße ja das ist geschafft ja 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 Äh? Digga wie? Pommes geht's Pennen bei Mach's gut Bis morgen Lass bitte noch ne Donation da Spaß Ey Junge man schau wo ich jetzt schon wieder bin wegen dir Schwer? Cool Hä? Digga läuft immer genau hinter mir dass ich die Freunde aus das ist so ein Gag Kek Junge schau wo ich schon wieder bin Digga ich hab kein bock mehr Schwer Das fucktest du ab Digga Besser ist es Ey warte wer ist das noch wer ist noch alles chat Ey schreib mal kurz chat ähm wer noch da ist Hä nicht Sind doch noch zwei Zuschauer Soll ich mir ähm Soll ich mir ähm Soll ich mir ähm Ding kaufen Wie heißt das Boah ich bin grad behindert Digga Wie heißt das nochmal Face ähm Im deutschen mit Gesicht halt Wie heißt das nochmal Ja Bro was die ganzen YouTuber haben Ja Bro was die ganzen YouTuber haben Das man Gesicht sieht halt mit Blacks äh mit Greenscreen Wie heißt das 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 Nein Bro das ist mein Gesicht halt Face äh Face Ich denk die ganze dann Face idea Aber das ist ja so ein Ich denk die ganze dann Face idea aber das ist ja so ein Also dass ich bisschen Fame bekommen Weil dann gibt es auch irgendwann mein äh Ding wie heißt das Ähm Verlosung Facecam ja genau Haha Eure Mann Facecam Haha Facecam Ey Junge Mann Oh mein Gott ich hab's geschafft Ja Das war's dann auch der Stelle auch wieder komplett Wiesler wie bist du jetzt Was meinst du Friedrich Was meinst du Friedrich Was für ein Level bist du Was für ein Level bist du Oha Ja Oha Man Oha Was war ein Sparwitz? Lol Hey, was soll man bei diesem kleinen Reifen da machen? Ich schwinge da immer zur Seite Ach so Das meinst du Ja, aber das stimmt doch Facecam Oder? Das heißt doch so, oder? Ich bin ein bisschen los Ich glaube Nein Nein Aber soll ich mir? Soll ich mir das kaufen? Ja Ja Ich muss so komplett los Junge Hey Bro, schau mal Stream Ich schaff das einfach nicht Das ist ein Sprung Ähm, ja Also nein, ich bin bei uns Bei diesem Reifen da Oh, jetzt ist es geschafft Oh mein Gott Warte Was ist denn auf YouTube die Univisigste Challenge? Boah Warte Was ist denn auf YouTube die Univisigste Challenge? Was ist denn auf YouTube die Univisigste Challenge? Was gibt es für Changes auf YouTube? Wo jetzt? Was gibt es da für Changes auf YouTube? Nee, insgesamt Sag mal so 3-4 Was ist das? Was ist das? Ach so, ach so Ah ja, was noch? Was ist KaiLib? KaiLib, was ist das? KaiLib Ja Ich glaube diese Pause Challenge Irgendwie ist das Keine Ahnung Also es kommt drauf an, wie man das macht, finde ich Nein Aber der hat mich gefragt Ich bin der Letzte meiner Community Hä Hä? Warte, ich gebe es gleich einstellen Ey, wo bin ich hier? Das ist Äh bei 42 ja wo bist du ja ich weiß schon das ist echt unnötig eigentlich aber ich kenne es also ich glaube ich weiß was das ist er legt mich doch im arsch wo geht denn der hin welcher bist du 50 ist ende oder alec ja das kann ich das was du akashima ist das kann ich auch unnötig alle com you Ich muss jetzt mich konzentrieren. Was? Ich kann auch, ich kenne es nicht, ich schaue später mal nach, was ist das? Ah, Junge, Show, wo ich jetzt bin. Ich hasse diese Scheisse. Ich schaue später mal nach. Ich hasse diese Scheisse. Ich schaffe gar nichts, wenn du mir ein Puls genommen hast. Oh, Ehre. Oh, Bro. Ich bin gerade da, wo die sich strahlt. Ich habe nicht mehr... Bist du komplett fertig? Oha. Chill, ich bin 46. Oha, wie gottlos. Lass noch schauen, bis ich 50 bin. Oha, ohne Ehre, Mann. Egal, ich meine noch zu Ende, bis ich 50 bin. Nein. Ich habe gerade nicht mehr gefangen, man kennt es. Ich habe gerade nicht mehr gefangen. Okay, am Anfang muss ich leicht Okay, hast ja Glück gehabt Aber ich denke, ich gehe jetzt eh gleich, ähm, auch auf Hä? Bro Nach dem hier Ich werde noch ein LL50 schaffen dann Ey Stream wir weiter Hä, wie? Ich gehe doch auch jetzt auf Du Fisch Mach Solo und so So entspast Ja, ja Schau, ich schaff's jetzt auch easy Bro, da muss ich komplett los, Digga Ich schau noch zu Ja, okay, komm Ich spiel jetzt eine Runde Solo, Digga Und ich rasiere so hart, Digga Vertraut mir Vertraut mir Dann kann ich besser Ja, Bro, wo soll ich hingehen? Soll ich Arena oder normale Solo? Ja, ich mache Arena ist mir echt zu stark Das geht gar nicht hier So, also wo soll ich landen? Sag mal Ähm, wo ich landen soll, bitte Ich mache das Ich mache das Ein Jetzt ist es Pussy, Mussy, Pussy Wohin? Sechs Warte, ich gehe Okay, warte, ich gehe Ich gehe das hier Jetzt schau zu, jetzt schau zu, vertrau mir, ich werde zu grasieren jetzt Es ist noch ein Zuschauer, sind alle aufgegangen Oder was? Bruder, ich komme nicht mal so weit Ist so traurig Oh fuck, Alter Er schreibt hei Grüß dich Ich habe ihn nicht genommen, ich habe ihn nicht genommen Schlecht Ja, aber schon, ich gehe Komm, letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde So, jetzt letzte Runde, vertrau mir Jetzt hole ich ihn wohl ein Oh Mach noch eine, ja Digga Schau, warte Digga Schau, warte Äh, schreib Chat Also ich, ich, ich mache Karte auf und dann sag, wo ich hingehen soll Ich komme gleich wieder Warte Ich muss Karte aufmachen Failsharks Failsharks bin ich Hä, was? Failsharks Wo? Wo steht denn das? Alter Ja Hat das gesagt Du hast mich Ähm Chill Oh, Bruder Digga, was lädt dir so lange? Sag, wo ich hingehen soll Hörse Gege Hörse 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Lonely, diga, leck mich am Arsch, wo ist denn das? Ja, okay. So, Lonely Lodge. Okay. Und ich habe mir gerade so Wasser als geholt, diga. Weil ich habe das mit einem Freund heute in Rewe gekauft. Also halt ohne, also halt nur wo es flüssig war. Und da stand drauf, dass das irgendwie zum Trinken ist. Dann haben wir es einfach eingefroren. Jetzt richtig geil ist Wasser, weißte ich ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Oha, eng gute Waffen sind hier. Warte mal, ist da nicht nur mein Automat? Da ist nur mein Automat hier. Zweite Kiste Shotgun. Ja ja, ist schon Shotgun. Okay, warte. Wenn du nächste Kiste reißt, was drin ist, gebe ich dir 10 Euro. Oha, ne sagen wir 5 Euro, 5 Euro. Zweite Du. Ja, okay, warte, warte, ich mach, ich mach. Ähm. Oha, das war echt ne Scheißgun. Ich sag in der Kiste, da ist eindeutig ne graue AK. Oha, ganz knapp, ganz knapp. Jetzt hab ich 2 Sniper. Okay, komm. Grüne Salben, Maschine, Pistole. Mhm. Ja doch, das stimmt schon. Boah. Oh mein Gott, soll ich versuchen runterzuspringen und genau auf diesen Ding zu landen? Was soll ich machen? Da auf diesen... Bro, sag mal ob ich da landen soll. Also runterzuspringen soll und dann versuchen sie landen. Nein. Okay. Ich mach von hier. Hey, gut, kann ich bomben. Ey! Bro, was ist mit dem? Boah, ich hol jetzt einen Win, vertrau mir. Nächster Kiss ist größer AK. Mhm. Ja doch, ja. Oha, so kommt er schon. Oha, so kommt er schon. Oha, so kommt er schon. Hä, wie soll man da die Kiste bekommen? Oh mein Gott, ich hab gesagt, hä? Ach so, war da eine drin. Ja, moin, hab ich gar nicht gesehen. Richtig, K5. Ja. Bro, ich hab gesagt, die erste Kiste. Oh, hier ist nicht mehr. Wichtig. Hi. Wichtig. 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 Was für ein Hunde ist, Wichtig. Wichtig. Bist du hast. Achso, das ist nur alles richtig verzögert Oh mein Gott, ich konnte nicht schießen, Digga Digga, ich konnte nicht schießen, Digga, es ist so traurig Ich hab doch geschossen Ich hab geschossen, ich schwör bei Gott, ich hab geschossen Digga, es ist so traurig, Mann, ich hab Ich hab doch geschossen, Digga Warum macht es immer so miesen, ja, als Maul Ich hab doch geschossen Was, nochmal, ja, ok Einmal noch, ein einziges Mal Bis ich den Kill mache Ja, Bruder, da können wir lang warten Oh, Digga, das Eis ist so kalt Ja, ok, ich zeig da Nach der Runde zeig ich spinn Mein ganz schön, oh, ähm, ganzen OG-Skins Körper Oh, ich bin pleasant Meine Hood, du weißt Unsere Hood Boah, Waldmeister, dieser Geschmack ist so ätzend, Digga Was gehen da so viele hin? Das ist am ganz am Ende gewesen Ja, ok, und dann schockle ich, ich hoffe, ich hab Ja, wie süß, oder? Digga, diese Drex-Waffe Oh, ich bin echt 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 Oh, ich bin echt